Vierfussstand, das erinnere ich, nicht zu eng, beckenbreit, vielleicht sogar eine kleine Spur breiter, das Gesäß geht nach rechts, wenn dein rechter Arm nach links geht, fiebst das Gesäß nach rechts, steckst den rechten Arm nach links hinüber, bringst den gestreckten Arm zum Boden, Kopf darf auch ablegen, die Brust kommt raus und der linke Arm geht zum Himmel und der rechte macht leichten Druck und der schiebt nach oben und zieht. Wenn du den Ellbogen in der Position beugen würdest, würdest du salutieren, dass wenn du den Ellbogen als Controller erbeugst und deine Tite erwischt, dann ist die Armposition suboptimal. Eine gefüllte Ewigkeit drin bleiben, sprich 10 Sekunden ungefähr, Seite wechseln, auch das 3-4 Mal pro Seite.